Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid mit Lara, Max und André, 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 oder wie auch immer. Wir werden versuchen ins Sanatorium zu gehen und, ach Gott im Himmel, also, ja, wir gehen da jetzt einfach rein. Hoffe ich, dass die uns reinlassen. Gib dein Bestes, Lara, wir müssen unbedingt mit Max reden. Ja, Sie wünschen bitte? Wir empfangen leider keine unangemeldeten Besucher. Haben Sie einen Termin? Nö, ja, behaupten wir mal. Einen Termin? Nun ja, natürlich. Mein Name ist Durand, Larissa Durand. Madame Durand, sagten Sie? Ja, ich glaube, wir haben einen Durand hier. Aber sind Sie sicher, dass der Termin heute war, jetzt? Das wäre wirklich etwas merkwürdig. Hm, nee, der war nicht heute. Nein, es war nicht genau jetzt, aber ich bin den ganzen Weg von Frankreich hierher geflogen und meine Maschine hatte Verspätung. Können Sie denn keine Ausnahme machen? Ich bin durch halb Europa gereist. Naja, wenn einer der Ärzte nach Ihnen geschickt hat und Sie den ganzen Weg hierher gekommen sind. Aber trotzdem, ich hätte davon unterrichtet werden müssen. Wie hieß denn der Arzt? Äh, wie hieß der Arzt? Aber natürlich, ich habe mit Dr. Petrov gesprochen. Petrov, natürlich. Kein Wunder, dass hier nichts davon steht. Dann kommen Sie mal rein. Ich rufe ihn für Sie. Mann, oh Mann. Larissa Durand. Lara, hast du uns was verheimlicht? Ins Gebäude. Das wird immer mysteriöser, Leute. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich die Art und Weise gut finde, wie Sie hier hereingekommen sind, Frau Svetlova. Andererseits war sich es wohl zu schätzen, dass Sie es sofort eingestanden haben. Und ich verstehe auch die Sorge um Ihren Freund. Er ist doch Ihr Freund, nicht wahr? Ja, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Ist es sehr schlimm? Könnte er sich etwas antun? Er behauptet, er sei in den letzten paar Tagen mit seinem Bruder umhergereist und habe sich mit ihm unterhalten. Mit einem Bruder, der starb, als Sie beide noch Kinder waren. Also wird es Sie sicher nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass die Sache sehr ernst ist, nicht wahr? Ist das vielleicht eine Art Paranoia? Wird er wieder gesund? Es ist jetzt noch zu früh, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir halten ihn unter genauer Beobachtung und verabreichen ihm ein leichtes Beruhigungsmittel. Bis jetzt konnte ich noch keine selbstzerstörerischen Tendenzen erkennen. Und was den Auslöser betrifft, das könnte zum Beispiel Stress gewesen sein. Und wie lange kann das andauern? Meine liebe Franz Svetlova, der menschliche Geist funktioniert nicht so mechanisch wie ein Uhrwerk. Vielleicht hat er sich in ein paar Wochen oder Monaten wieder erholt, aber er könnte unter Umständen auch... Oh, oh, hört sich nicht gut an. Für den guten Max. André. Du? Hier? Das kann nicht sein. Das bilde ich mir nur ein. Das ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Nur ein Traum. Komm schon, Max. Du bist viel zu intelligent, um das wirklich zu glauben. Wer bist du und was hast du mit André gemacht? Wer ich bin? Ich war da, als die Nacht Sodom und Gomorra verschlang. Ich lauschte den Schrein als Giftgas durch die Schützengräben von Ibris kroch. Ich wartete an der Seite deines Vaters, bis er bereit war, loszulassen. Du? Der Tod? Ich bin der Engel des Todes, Max. Ich bin der Schäfer. Ich bin der Fährmann. Ich bin Sharon. Nenn mich, wie du willst. Ich töte nicht. Ich geleite. Aber warum André? Wo ist der? André ist seit vielen Jahren tot, Max. Er sieht so aus, wie du ihn dir im Erwachsenenalter vorgestellt hast. In einem Alter, das er selbst nie erleben durfte. Um meinen Plan auszuführen, musste ich dich irgendwie lenken. Ich habe ein wenig mit deinem Verstand gespielt. Für ein paar Tage habe ich dir deinen Bruder zurückgegeben und einige Erinnerungen verändert. Dann war also sein ganzes Erwachsenenleben, sein Studium, der Monat in Madrid. Nichts davon ist wirklich geschehen? Wer hat dir das Recht dazu gegeben? Wer zum Teufel hat dir das Recht dazu gegeben? Das Recht dafür? Dafür brauche ich von niemandem die Zustimmung, Max. Sicher, dir kommt es bestimmt, wie sagt man da am besten, gefühllos vor. Vielleicht glaubst du auch, ich hätte dich nur ausgenutzt. Vielleicht tröstet es dich ja zu wissen, dass du einem höheren Zweck gedient hast. Dass du Teil von etwas Großen und immens Wichtigen warst, Max. Höhere Ziele? Erst gibst du mir meinen Bruder zurück und dann nimmst du ihn mir wieder? Und dann soll ich so tun, als sei das gar nicht passiert? Für wen hältst du mich oder uns alle hier eigentlich? Ein paar dämliche Marionetten, mit denen du einfach so herumspielen kannst? Marionetten? Ja, vielleicht. Aber die Rollen, die ihr spielt, sind nicht zu meinem Vergnügen gedacht, Max. In dieser Hinsicht tust du mir Unrecht. Außerdem, um jetzt nochmal auf das Thema See zurückzukommen. Ich hätte dich auch mit mir nehmen können, Max. Was ich tue, tue ich nicht aus Vergnügen. Das ist nichts Persönliches. Du denkst, du kannst mir meinen Bruder zurückgeben und ihn dann ein zweites Mal töten? Du, du Monster! Was war das? Ja, was war das? Was war das für ein Krach? Was ist da drin los? Es gibt keinen Grund zur Panik. Der Patient ist sediert. Der Krach muss von draußen gekommen sein. Glauben wir jetzt auch noch, oder? Junge, junge Vater, das ist ein krasser Scheiß. Warum sollte ich das tun? Das würde dem Doktor bestimmt nicht gefallen. Es ist mir scheißegal, was dem Doktor gefällt. Die ist bestimmt für den Fall gedacht, dass es hier brennt oder eine Tür blockiert ist oder so. Ja, oder so. Da ist das Zimmer von Max. Max? Sie geht nicht auf! Sie geht nicht auf. Wen wundert's? Da drin stimmt etwas nicht. Äh, nun, ich weiß nicht. Wie ich Ihnen schon sagte, eigentlich sollte er sediert sein und ganz passiv. Negativ, positiv, negativ. Und das soll mich beruhigen? Benimmt sich so jemand, der unter Beruhigungsmitteln steht? Wozu sind die überhaupt da? Tun Sie doch etwas! Wir sollten besser nichts überstürzen. Dieser Krach kann alles Mögliche gewesen sein. Vielleicht ist etwas auf den Boden gefallen oder er kam von draußen. Gut, nochmal. Da drin stimmt etwas nicht. Äh, nun, ich... Versuchen wir es mal so. Vielleicht haben Sie ja recht, Doktor. Aber wir sollten trotzdem etwas unternehmen. Wir können doch nicht einfach so tatenlos hier herumstehen. Äh, doch. Ah, er macht was. Und? Manchmal muss man auch freundlich sein. Sie ist abgeschlossen. Also, das ist wirklich merkwürdig. In diesem Teil des Gebäudes ist es den Angestellten verboten, die Türen abzuschließen. Dann tu was. Der bleibt hier rumstehen. Ich glaub's ja nicht. Sie müssen doch sehen, dass hier irgendetwas vor sich geht. Schreiten Sie endlich ein. Nun, ich... Wie ich schon sagte, durch die Sedative sollte er eigentlich ganz ruhig sein. Machen Sie sich keine Gedanken. Er ist aber nicht ruhig. Sie müssen etwas tun, Doktor. Wir können ihn doch nicht einfach da drin lassen. Ich könnte die Aufsicht rufen, aber vertrauen Sie mir. Es besteht wirklich kein Grund zur Panik. Nein, überhaupt nicht. Ja, dann ruf doch die Aufsicht. Nun, ich... Wie... Ja, äh... Negativ. Fragend. Die Tür ist ja abgeschlossen. Ist das normal hier? Nein, das ist wirklich merkwürdig. Ja, man kann sie abschließen, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Die Türen lassen sich von innen nicht öffnen, also schließen wir sie auch nicht ab. Ach Gott, dann tu doch etwas. Komm, wir nehmen jetzt die Axt. Wenn der nichts tut. Warum sollte ich das tun? Ich schmisch scheißegal, was dem Doktor gefällt. Sie ist doch, der hat sie nicht mehr alle. Sie müssen doch... Nun... Äh... Freundlich? Sie müssen etwas tun, Doktor. Wir können ihn doch nicht... Ich könnte die Aufsicht rufen, aber... Ja, dann ruf doch die Aufsicht. Sie müssen doch... Nun... Ruf sie! Hören Sie, Doktor Petrov, diese Tür ist eindeutig abgeschlossen. Sie haben dafür sicher einen Generalschlüssel bei sich und den will ich auf der Stelle haben. Der Schlüssel... Natürlich habe ich einen Schlüssel. Der hat sie ja nun mal alle hier. Gib mir den Schlüssel. Hier ist er, aber das ist wirklich keine so gute Idee, jetzt da hinein zu gehen. Das ist mir scheißegal, wir gehen da jetzt hinein. Oh ja, genau das tun wir. Oh oh. Angst. Warum lässt sich der Schlüssel nicht drehen? Was ist hier los? Verdammt mich. Was ist los? Komm schon, Junge. Was sollen wir sonst tun? Wir sollten uns lieber noch eine Weile zurückhalten. Er wird sich sicher wieder beruhigen. Also, lassen wir ihm noch etwas zeigen. Ja, lassen wir ihn zeigen. Einverstanden? Nein! Nein! Ich habe gesehen, um die Ecke hängt eine Feuerachst. Dann müssen wir eben die nehmen. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit. Sie haben wirklich keine Vorstellung davon, was für Konsequenzen das hätte. Da drin ist ein psychisch instabiler Mann. Du bist auch... Das können Sie doch nicht machen. Wollen Sie etwa, dass sich sein Zustand noch verschlechtert? Wir müssen abwarten. Er wird sich schon wieder beruhigen. Okay, ich habe ihn wohl falsch angesprochen. Was sollen wir sonst... Wir sollten uns lieber noch... Fragend vielleicht? Gibt es denn hier keine Aufsicht? Sie müssen doch für solche Fälle irgendwelche Vorkehrungen getroffen haben. Natürlich führt immer jemand Aufsicht, aber in dieser Abteilung nicht. Hier besteht normalerweise keine Gefahr. Wenn Sie darauf bestehen, gehe ich den Mann holen. Auch wenn ich glaube, dass das absolut überflüssig ist. Wagten Sie hier. Und kommen Sie bitte nicht auf dumme Gedanken. Versuchen Sie nicht allein in das Zimmer da hinein zu kommen. Ach, ich soll das nicht versuchen? Hast du denn was? Hilft dir das irgendwie weiter? Wenn Sachen zu zertrümmern dir hilft, deine Wut herauszulassen, dann nur zu. Ich kann warten. Warum? Ich will es wissen. Was waren denn diese verdammten höheren Ziele? Warum all das? Max, diese Gemälde sind der Schlüssel. Unter normalen Umständen kann mich niemand sehen. Außer Menschen, die bald sterben werden. Das hat leider auch ein paar unangenehme Nebeneffekte. Einer davon ist, dass mein Abbild hin und wieder in den Gemälden todkranker Maler auftaucht. Ist das der Fall, schreiten meine Anhänger ein und zerstören das Bild. Oder aber sie bringen den Künstler dazu, es zu ändern, solange noch Zeit bleibt. Dann hätte also Abramtschikow, der ermordete Wissenschaftler, mit seinem neuen Gerät dein Abbild in den Gemälden aus der Eremitage entdeckt. Es ist schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der eine so schnelle Auffassungsgabe besitzt. Ja, das stimmt, Max. Darum haben wir sie ausgetauscht. Aber ich habe die Gemälde zurückgeholt. Also hast du so oder so versagt. Du hast all das umsonst gemacht. Am Ende hast du doch verloren, du armer Teufel. Ihr Menschen. Wenn wir die Gemälde nur ersetzt hätten, dann hätte man früher oder später herausgefunden, dass es keine Originale sind. Und man hätte Fragen gestellt. So aber haben wir sie nur kurzfristig ausgeliehen. Tja. Es überrascht dich sicher nicht, wenn ich dir sage, dass wir sie ein wenig verändert haben. Auch wir verfügen über modernste Technik. Du kannst mir glauben, dass kein Apparat der Welt jetzt noch einen Unterschied ausmachen könnte. Dann war das also alles von Anfang an so geplant? Tja. Die Originale sind jetzt wieder in der Galerie und sie sind harmlos und alles wegen mir? Ganz genau, Max. Dank dir ist jetzt wieder alles so, wie es sein sollte. Aber das ist noch nicht alles. Die Bruderschaft hatte ihr ursprüngliches Ziel aus den Augen verloren und die Disziplin ließ zu wünschen übrig. Wir hatten sogar einen Novizen der Gemälde, die wir an uns genommen hatten, aus persönlicher Gewinnsucht verkaufen wollte. Darum war die Läuterung durch Feuer unvermeidlich. Läuterung? Das Feuer, das ich gelegt habe? Jemand ist darin umgekommen? Oh. Nein, das darf nicht wahr sein. Wieder menschliche Schwäche. Aber was machen ein paar Abtrünnige schon aus? Wer wird sie vermissen? Ich konnte es nicht tun. Und ich konnte auch keinen der treuen Brüder dazu zwingen. Also war es an dir. Du solltest stolz auf dich sein, Max. Ich bin ein Mörder. Deine Sorge um das Leben anderer ist wirklich bemerkenswert. Dasselbe könnte man auch darüber sagen, wie du es mehrmals geschafft hast, dein eigenes Leben zu retten. Wovon redest du? Ich hätte sterben sollen? Du ziehst die Gefahr magisch an, Max. Mehrere Male schon hattest du den Tod direkt vor Augen und bist doch immer wieder davon gekommen. Gerade eben zum Beispiel. Aber wenn ich gestorben wäre, wäre das auch nicht gut gewesen für dich, oder? Wer hätte denn all die Drecksarbeit für dich erledigen sollen? Ich war immer in deiner Nähe, Max. Ich war bereit dazu einzugreifen und ihn von dir abzulenken. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich die Gestalt deines Bruders angenommen habe. Ich musste in deiner Nähe sein, um deinen Sturz zu verhindern. Wenn du gestorben wärst, dann hätte ich dich ungeachtet meiner Pläne mit mir nehmen müssen. Aber bis zum Schluss musste ich doch nicht eingreifen. Nicht ein einziges Mal. Nun, ich fühle mich wirklich geschmeichelt. Lob von einem solchen Ungeheuer wie dir. Da hast du wirklich Glück gehabt. Hätte ich dir mehr helfen müssen, dann müsstest du es mir jetzt zurückzahlen. Ich würde dich mit mir nehmen müssen. Und wer sagt, dass ich es jetzt nicht beenden will? Dass ich mit dem Blut unschuldiger Menschen an meinen Händen leben will? Dass ich all das vergessen und ein normales Leben führen kann? Du wirst leben, Max. Es gibt keinen Grund, dich mit mir zu nehmen. Diese Episode endet nicht mit deinem Tod. Ach, dann lässt du mich also ganz großzügig am Leben. Nach all dem, was du mir angetan hast und wozu du mich getrieben hast. Aber weißt du was, du Bastard? Was, wenn ich das gar nicht will? Was, wenn ich jetzt den letzten Schritt mache? Den einzigen Schritt, mit dem du nicht gerechnet hast? Nur weil du nichts dagegen tun konntest? Was, wenn ich nicht mehr länger leben will? Was, wenn die blutverschmierte Marionette sich von ihren Fäden losschneidet? Was tust du dann? Maro am... Du das nicht, Max. Das soll nicht geschehen. Und das weißt du auch. Was? Etwas läuft tatsächlich nicht nach deinem Plan? Sieh genau hin! Ja, ihr Lieben, seht genau hin, aber das nächste Mal mir schwant Böses. Das war jetzt harter Tobak. Ich weiß, das müssen wir jetzt wohl alle erstmal verdauen. Ich trinke einen Kaffee und genau, fasse mehr an den Kopf. Bis dann, macht's gut und ciao. Bis dann, macht's gut.